nächstes Jahr ja das ist da kann auch dauern ich schätze 2017 dort spielen mit denen so an die Bulldog über Entfernung zu spielen ich höre jetzt übelst unstabil das scheiß Ding jetzt ich spiele den Versorger nicht ich spiele den Versorger ich fliege mit lande ich will mit du fliegst mit irgendwo ich fliege mit ich fliege nicht außen an sich gibt es ja auch nicht hier beim fahren nein fällt fährst du nicht fahren ich seh niemanden nach unten am Wasser ey ach komm ich steig einfach aus ich steig einfach aus ich steig einfach aus ich steig einfach aus du kommst du ne das du bist nur hin von mir was nicht hier da mitten in dem gewied mitten am lager ist einer der wird umgemäht Ach du Wo jetzt hin Weißte D oder Ja oder so ist er hoch Aber da schießt eigentlich jemand runter Ist er down ja ne Weiß nicht ich hab einfach draufgehalten Jetzt er down Jetzt er down Ein bisschen hinter euch Hier nächster Sammelpunkt gibts Muni D oder Ja D D D D ja D war die Höhle gell D ist die Höhle Oh 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 dort 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 Ich hol dich gleich Gerade aus pass auf da steht er nach Von in die Höhle rechts rein So glaub ich schon down Oh Gott Ganade Woher sie draußen ist einer Hinter uns kommt einer Das ist so ein Woher sie hergekommen sind Hinter uns Woher sie hergekommen sind Woher sie hergekommen sind Woher sie hergekommen sind ja Keine Ahnung woher sie lebt noch Da Jetzt hat er gespielt irgendwann Ah fuck man Ich konnte das beschissen sehen Ich hab den Geh holt und euch gerichtet Pass auf 2 2 2 2 Da ist noch einer Von links Ich schätze ich mal Auch dort Komm D Geh Richtung B So ein bisschen gerade Mh hinter dir Da springen ja ganz viele ab Gut 10 10 B Die Bertha Geh Haben wir jetzt auch Und danach können wir zu C Ja gehen wir C Aber C ist auch schon wieder Ja von den Gegnern A Richtung A so Ich will jetzt mal C einnehmen Ja gehen wir C Da ja Wir sind halt genug Unten nochmal Ah man der hat mit einem Leben schon wieder überlebt Ey J Ja Ja ich hab ihn abgestoppt Einmal drauf gedrückt Der Marathon Mh Okay C haben wir jetzt Wir haben gerade Einsatz Tier Charlie neutralisiert Aaaaah Ich geh Hey Niii Chang Leila Keine Art Okay sie haben den Der dich nicht Mh ich hatte aber auch nicht Wohin? Mh weiß nicht Müssen jetzt ziemlich weit laufen Oh der B B B neben uns hat er übernommen Jo Wohin 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 Wenn du bei mir bist Henry Ich bin du wie los endo Wohin ist ignoriert Diese Farben, diese schönen Farben, so wie ihr siehst. Dann weiter Richtung A. Richtung A. Links unten, links unten Wasser. Ne, Heli, Heli, oben, über uns. Ja, warte, ich hole dich, ich hole dich. Danke. Hinter uns, hinter uns. Der ist reingegangen ins Haus. Ne, sind mehrere wieder schon wieder auf B. Das ist jetzt so. Wieder runter. Ah, der kommt raus aus dem Haus, Achtung. Das Haus ist unter Feuer. Er ist down, der eine, der eine drin ist down. Er ist hier, clear, clear, clear. Okay, dann können wir jetzt weiter Richtung A. A ist auch übernommen. A ist auch safe. F und G, wieso gibt es die jetzt erst, oder? Weil die grau waren. Geh, 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 geh ist weg, geh ist weg. Dann lass uns zu gehen. Da. Ich gehe über die Hilde. Ich gehe gerade durch D, da wird eh gerade über D. Hm. Oh Gott, ich habe ihn gar nicht gesehen, ne? Fichtig. Nice, danke. Ich gehe jetzt runter durch die Höhle zu gehen. Ist schon geil gemacht, die Höhle, ey. Die war abseits allgemein ziemlich schön. Auch rechts. Ja, ich habe es gesehen. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Echo übernommen. Ich gehe jetzt über. Robyn. Oh, mich hat irgendein Aufklärer. Keine Ahnung, von rechts da. Oh, oh, oh. Ja genau, irgendwas hat sich jetzt abgeschossen. Lebst du? Ich lebe noch. Hinter mir, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Von F oder was? Im Haus drin. Noch einer, noch einer. Aufklärer, Schnapper. Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr retten. Ja, ich weiß, wo der Aufklärer geschossen hat. Hab ich gesehen. Irgendwo oben hier auf dem Berg. Er hat mich wieder, ey. Ich hab ihn abgelenkt, aber. Hab ihn. Ja, ich wollte den Dingsen. Was sehen die defibrillieren? Ja. Ich hab ja auch ins den. Ja. Mit 100 Dingen. Hörst du F durch? Richtung F, ja. Wipingstabler! Woran? Untergefärscht. Aber ich verstehe jetzt, warum ich hier bin. Ich hab nämlich voll dauerhaft hingeworfen. Falsch. Oh, Aufklärer wieder von irgendwo. Ich hab keine Ahnung. Rechts. Lauf. Bin wieder tot, ey. Insinn selber Aufklärer. Ich seh' ihn. Oh, ich bin jetzt im Arsch. Ich weiß, wo er ist. Wo? Na, tot. Keine Ahnung. Die waren schon wieder Richtung uns. Also, wir hatten die im Rücken. Bombe D. Ich seh' sie. Gott übernommen. Ja, er hat mich. Geht D rein. Ich seh' ihn. Die Waffe ist aber echt ein bisschen kacke. Die Richtung F von den Höhlen. Oh, da lag ne Claymore, Alter. Oh, da lag ne Claymore. Hinter mir. Ich hab' einen Heli. Ach, fuck. Da ist einer auf so nem Scheißstein draußen, wo man von D nach F geht, ey. Komm mit nem Heli, dann freu' ich mal hin. Okay, meine Dings sind hier bis jetzt. Bin drin. Die F. Alter, Henrik. Ja, hinter mir ist was abgestimmt. Ah, hinter mir. Irgendwas. Nee, direkt neben uns, glaub' ich. Ah, fuck, man. Alter, hat mich nochmal erwischt, ey. Komm. Weißt, der springt von oben wie runter. Ich zieh' noch hoch, aber... Ich hab' die schnellen Sturmgewehre brauchen ein Rattetal. Bin bei dir im Heli, Nox. Du hast irgendwas getroffen, komm, besteig ich ein. Ich hab' die Punkte, ja. Ich zur E. Ich bin links von dir übrigens. Oh, hey, hey. Hey, ich lauf mit. Heli. Wo ist der? Da. Hey, ist aber safe, oder? Nein. So, passt vorhin gegenüber? E. E. Hier ist aber safe. Oder? Würde ich nicht sagen. Irgendjemand muss auf E sein, weil da ist einer von uns, was wird nicht übernommen. Da, vor, da, rechts. Da, warte. Okay. Seh' ich nicht. Das muss man an. Ah, dann jetzt, ah. Fuck, ich hab' irgendwie in den Kopf geschossen, der Heli war. Ha! Er lebt grad noch so. Gut. Hat so Spaß, wenn man bei wem drin ist, der fliegen kann. Ich hab' noch einen. Ich hab' noch mal ein paar. Ich hab' noch nicht angerufen. Ich hab' noch mal an. Ich hab' noch was. Ich hab' noch mal zu tun. Ich hab' noch mal zu tun. Ich kann dich abholen, wenn du sagst, du bist Nö, passt schon, du bist eh klar, fast wohl Dafür werden getötet, weil du sein geblieben bist, danke Du bleibst hängen, ich habe perfektes Visier auf den drauf Ich kann den genau anvisieren Du bleibst so schwer, wenn ich keine Dinge habe Wenn du die Außenansicht nicht hast, um dann schön drüber zu schämen Geh hoch zu D Geh hoch zu D Dem Heli rein oder was? Oder woher soll man fliegen? B, G, G wird gerade immer noch Und B G ist, äh, nah hinter uns so gesehen Jetzt wechseln wir Der Heli, wo ist der Heli? Ah, da Sind die Augen, mal Oh, ne, Gott, den getötet G, G ist übernommen, da können wir hin, das ist hinter uns so gesehen Links von uns, wenn du drehst Genau, oder? Und es ist einer Du drehst nicht so schnell Ah, du bist auf mich draufgefallen nochmal, du Pedder Ich bin raus und dann fällt der auf mich drauf, wenn ich jetzt fast geschafft Da liebend rauszukommen Ja, aber doch, sind die Hunde, Alter Jo Fangen wir bei Henrik Ich bin vorne auch bei euch gesprungen, nachdem ihr abgestürzt seid Oben aus der Höhle raus, Achtung Ja Alter, mich hat er, ey Ich kann mich retzen Oh, ja genau, Alter Danke Danke B runter Und my way Südlich seiner aktuellen Position ist feindlicher Helikopter Ah, da war noch einer Wieder zerstört, würde ich mal sagen Alter, die hatten keine Chance Das war's, ich glaube, das ist jetzt auch leer Der Wald ist schon immer leerer geworden Ja, wurde leider immer leerer und leerer Egal, ich hab gut was in meinem Versorger gemacht Der echt unausgebaut ist Äh, wir waren S-Squad Kein Wunder, mit Henrik ganz oben da Oder? Ja 10.000 7 Punkte Das war nochmal ne lustige Gründe, Battlefield Das war überhaupt kein Ubisoft, ich kann nicht mehr tun, ich habe in meinem Versorger搭net, um die